Heyo Leute, morgen, also Freitag, den 19.06. glaube ich, wird es abends einen Stream von mir geben, der wird so um halb neun anfangen. Ich denke auf jeden Fall, dass wir um zwölf Uhr gehen. Es ist bis Mitternacht. Ich hoffe, da schauen einige von euch vorbei. Ich tue den Link dazu in die Beschreibung. Und, ja, ich freue mich über viele Videos. Jo, dann bis morgen. Tschüss.